so hallo leute und herzlich willkommen wieder zu home endlich geht's auch mal wieder weiter folge 5 jetzt bei mir und mit dabei ist heute der smurf hallo bei mir folge 4 genau folge 5 ich dachte schon ich werde der hier am weitesten zurück ist mit den folgen ich glaube du bist so einer der weitesten sogar mit fünf folgen der phoenix hat glaube ich noch gar keine folge ja ich muss ja so langsam mal weihnachten konnten mal näher das projekt geht ja auch schon wieder dem ende zu ich musste langsam mal um mein haus hier ja das stimmt schon muss ich auch mal unbedingt machen ein bisschen glas habe ich schon mal also ich habe hier letztens wohl glas in den ofen getan das ist ja super gibt es eigentlich schon farbiges glas ne ich glaube das gibt es noch nicht in der pocket edition schade sonst heraus könnte man glaube ich auch was cooles machen aber ja das ist schade ich hätte auch gerne mal so mit farbigen glas was gebaut ja aber zum beispiel für den weihnachtsbaum hatte ich mir noch überlegt dass man da irgendwie redstone blöcke oder so nimmt als die low stone ersatz oder so da kommt man ja nicht ran oder also goldblöcke wären vielleicht zu teuer aber ich glaube in den nether kann man nicht gehen oder das geht glaube ich nicht schade keine höhlen und dadurch keine lava stimmt deswegen wer sich auch immer wundert wieso ich unter meinem haus immer nur die ganze zeit irgendwas abbaue höhen gibt es hier nicht in dieser map ja das ist echt sehr schade pocket mine ja das ist pocket mine das ist wirklich pocket mine manche glauben mir das ja nicht irgendjemand hat auch schon mal geschrieben dass es niemals pocket mine gebt doch zu dass ihr das und das spielt irgendwas anderes ja gut aber ich dachte aber ehrlich gesagt auch nicht das pocket mine so also zurückgeblieben kann man ja schon fast sagen aber das ist aber auch schon ganz schön lange so das war auch schon in den alten version so dass das so mega verpackt war ja gut aber es hat sich echt kaum entwickelt ich meine irgendwie nicht und auch keine höhlen ich weiß nicht wann die hinzugefügt wurden das ist als wenn man hier noch irgendwie ich glaube mit einer 09 0 wurden höhlen hinzugefügt das ist hier wie in der 08 oder sowas ja genau das ist ja schon ziemlich lange her ja gut hunger gibt es funktioniert aber nicht muss man dazu sagen genau hunger gibt es aber genau es funktioniert nicht und so gleich habe ich wenigstens schon mal ein paar fenster am haus ist ja schon mal deutlich besser aus hier ist so eine schöne panorama aussicht aber ich denke mal ich fahre noch mal ein bisschen holz und das ist auch mal produktiv genau ich mache das ja auch noch mal und ich schaue mir gleich mal so ein paar häuser an die oder ich halte mir halt das für eine nächste folge dass ich mir mal so ein paar andere häuser anschaue die schon gebaut wurden ja das habe ich letzte folge bei mir gemacht war so ein stadt runtergang gemacht ja was ich zum beispiel auch als gäste mitbekommen hatte der askabur oder wahoo studios der hatte ja so eine fischerhütte da gebaut echt jetzt und ja und also die ist relativ weit entfernt ja gut in freiheit entfernt aber halt ein bisschen weit entfernt ist aber ziemlich cool geworden finde ich ach ja man das muss ich mir auch mal anschauen da hinten steht ein schneemann den habe ich auch noch nicht gesehen das wusste ich nicht was das sein sollte oder ist das ein schneemann also sieht zumindest so aus finde ich ja sah so ein bisschen so aus aber wollte ich jetzt nicht wirklich einschätzen wobei okay so ganz sicher bin ich mir jetzt auch nicht mehr wenn ich davor stehe aber könnte einer könnte keine ahnung auf jeden fall steht ihr irgendwas aus schnee ja wird das schon ein schneemann sein also ich suche jetzt noch mal weiter kohle oder ich glaube bäume fällen wäre jetzt ein bisschen sinnvoller ich muss ja mein haus auch mal so langsam ein bisschen weiterbauen naja kohle müsste ich aber noch mal suchen für wolle weil wolle kann man ja leider nur aus kohle rausbekommen beziehungsweise fäden und daraus kann man dann halt wolle machen uh schnee ja schneebälle kann man übrigens auch werfen was ich nicht hinbekomme ich bin da irgendwie zu doof also ich mache das ganz normal ich drücke einfach auf den bildschirm und dann funktioniert das ja keine ahnung bei mir spawntet dann halt immer schnee auf der fläche oder irgendwas anderes passiert aber ich kann die nicht mehr werfen aber liegt wahrscheinlich auch ein pocket meint das ist ja läuft super wieder so ein pocket meint und und bei mir haben auch mal welche geschrieben wieso habt ihr keine tiere an oder monster an ja geht nicht das pocket meint kann wie nichts für also wir haben schon somit ja fast die beste server software das jetzt so gut ist naja weiß ich nicht aber wir versuchen auch unser bestes daraus zu machen und soll ja auch insgesamt einfach nur ein weihnachtsprojekt sein das auch mit so einer freude auf weihnachten verbreiten genau ein bisschen so eine schneelandschaft ein bisschen was aufbauen ja genau die einbauen halt was größeres die einbauen fast gar nichts ja zum beispiel what if we for jtech der border war riesigesatt ja das muss ich mir auch noch mal anschauen habe ich mir noch gar nicht angeschaut das sieht echt cool aus das haus das sieht echt richtig cool was hat er sich so eine dachterrasse da noch mit angebaut ist echt ganz nah ist so bäume habe ich schon mal wieder gefällt er läuft aber auch glaube ich doch drei ja 53 aber es ist ja schon ein bisschen beleuchtet hier also es haben schon einige lichter ihre häuser gebaut ja so weit bin ich auch nicht gekommen beziehungsweise ich habe halt doch keine haus ich glaube ich eine fackel also eine fackel ans haus gesetzt ja ganz vorne dran genau und mein schild habe ich unbewusst abgemacht hatte ich sogar kommentiert bei dir ja ich glaube das habe ich gesehen stimmt genau da wo die fackel jetzt hängt mal das schild ich habe schilder dabei ich habe schilder dabei genau die habe ich vorhin alle verpflanzt denn eigentlich wollten wir noch mit dem one click aufnehmen aber er muss jetzt irgendwie auf so ein bisschen eingebaut der feierfenix und ich ein paar schilder hier aufgestellt aber er ist mittlerweile auch disconnected also naja genau so jetzt habe ich wieder zwei schilder an meinem haus einmal hier wohnt und auf der anderen auf dem anderen schild mein name so reich bist du kannst zwei schilder ich habe sogar noch ein schild im inventar alter jetzt überlege ich mal ob ich nicht doch mal ein bisschen kohle suchen sollte auch wenn das wieder lange dauert ja langsam ach und irgendjemand hat hier schnee hin gebaut irgendwie ist schnee jetzt mit einmal hier in meiner kleinen mine keine ahnung wie er da hinkommt ja hat sich wohl jemand besucht und ein bisschen schnee gespendet ne ist ja nett aber den schnee kriege ich glaube ich draußen noch genug das brauche ich den jetzt hier ja nicht abbauen den schnee was ich mal machen könnte ich könnte mich mal ganz tief bauen und dann mal so bis für keine ahnung was so ganz tief vielleicht finde ich deine diamanten oder sowas oh ja ich habe schon zwei diamanten ich habe noch gar keine gefunden ja hatte ich ein bisschen glück aber ich weiß auch gar nicht was ich mit denen machen soll okay zwei ja da kann man nicht so viel mit anfangen eben und ja ein schwert bringt mir ja nicht viel gibt ja keine mobs oder so pvp ist ja verboten ja würde ja auch nichts bringen zum glück ist das verboten ich hasse das immer wenn man wenn man einen gründlos tötet das nervt ja in solchen projekten ne das ist nicht so cool irgendjemand hat da auch so einen tollen gegenstand in meinem haus gebaut den ich erstmal entfernen musste das weiß ich nicht wer das war also warst du das nicht alleine warte war dabei im one click echt jetzt ich dachte schon das wäre ohne den namen sage ich jetzt mal besser nicht sonst kriege ich nur ärger ich dachte aber ich dachte schon das wäre jemand anderes gewesen ja ja und hier liegt auch schnee auf meinem hau also das ist ja witzig so jetzt muss ich aber erstmal sehen ein bisschen ich habe immer noch nichts gefunden jetzt mal ein bisschen holz craften aber wie gesagt also wenn du wirklich kohle brauchst ich kann dir gerne einen 64er stick geben echt ja dann mach das doch mal wenn du kohle hast ja wo bist du denn warte bei meinem haus wo du wahrscheinlich nicht weißt wo das ist ach doch da ach doch hier also ist das ist das sein ist das dein haus hier diese zwei ja das nennt man moderne kunst ja mensch da bin ich ja beruhigt dass ich doch nicht dass ich doch schon ein bisschen weiter bin ja aber ja jetzt nicht böse gemein der sieht gut aus aber ich brauche ja doch ich gebe dir mal kohle danke auch scheiß inventar ist voll dann schenke ich dir mal eben schild ach ich kann nichts drauf schreiben da steht ja einfach nur toll egal bleibt bleibt stehen ja und die kohle habe ich nicht mehr im inventar die ist schon wieder weg ja aber ich glaube die kriegst gleich wieder oder recht habe ich dir wieder nee aber ich hab sonst noch im stack die ich gerne geben kann obwohl nächstes nicht ganz ein stack dann würde ich mal sagen ich re-connecte mal und ich denke auch daran die epi rauszuschneiden weil ich das wäre sonst blöd wenn man die sehen würde ich hab nur noch zwei herzen ist ja ziemlich also kohle habe ich nicht im inventar nee warte kriegst du noch okay also hast bei mir jetzt hast du jetzt hast du mein skin pocket mein aber ich kann doch jetzt jetzt habe ich kohle im inventar endlich herzlichen glückwunsch das achievement kohle bekommen ach so du hast du hast du hast das archiv mitbekommen nein ach ach so ich ja jetzt habe ich verstanden jetzt kann ich wieder nichts kraft was das denn sammle blöcke für die erste ich hab blöcke kann ich nochmal reconnecten und ich sehe nur mich in der online-liste auch toll ja das habe ich auch manchmal jetzt geht's mir mit dem kraften mensch dann passt das ja aber ich glaube ich fange jetzt mal echt an mit meinem haus wäre eine gute idee was vorgenommen aber ich weiß gar nicht mehr wie das genau ging aber ich hoffe ich habe mir nämlich im creative was vorgebaut ja ich mache das auch im moment dass ich mal so ab und zu mal in so einer anderen welt im creative modus mal so ein bisschen was ja ich bin extra dafür eine welt erstellt wo ich dann manchmal so abends irgendwie random zeug baue nicht verkehrt ja vielleicht ein paar ideen also in gott drum ich bin nicht der master bilder hier ich bin auch nicht so ich kann häuser kann ich eigentlich gar nicht bauen aber wenn es um Skulpturen geht wie die hier in deinem haus standen also kann ich schon bauen also die hab ich auch nicht gebaut ja aber also ich hab die ja gebaut zusammen mit anderen ne also sowas könnte ich schon machen sagen wir mal so also ich frage mich gerade ob sich die zuschauer jetzt vorstellen können was wir meinen oder ob sie das sind nein ich hoffe mal nicht wäre ja komisch wenn schon ja irgendwie schon ah der 1234jtech ist ja immer noch online echt also ich sehe nur mich in der online liste das ist schon wieder super klasse mega toll ja er baut gerade hier ein schwarzes brett ist auch ganz cool oh ja das muss ich mir auch mal schauen mensch ich verworre mich immer direkt auf dem marktplatz ich war noch gar nicht mal beim marktplatz da muss ich ja so den kann man nicht so erkennen wo ist er denn direkt wenn du hier über mein haus läuft ja einfach geradeaus weiter dann steht er da bald schon okay ich dann glaube dann lauf ich da mal hin also hier ist ja dein wunderschönes haus ja wo muss ich jetzt lang einfach geradeaus weiter einfach hier ja genau ein bisschen nach rechts ich halte ich jetzt mal so ein bisschen ja links ja schon häuser das ist ja nice aber das haus da vorne weiß ich nicht von dem das ist hier rechts wie geil manche bauen können das gibt es ja gar nicht ich schaue es mal rein er steht noch nichts drin aber also sie gehört das hier weiß ich nicht keine ahnung ach mensch hier kommt man nicht hoch weil hier ach doch man kommt doch hoch jtech left ja nice das ist doch ein ganz schnuckeliges haus ich kann das am schwarzen brett nicht lesen so ich habe nichts rausgenommen ach da ist das schwarze brett ja ich konnte das gerade irgendwie nicht lesen keine ahnung bin ich zu doof für ich häng mal eben ganz kurz hier ne fackel hin weil ich sehe auch nichts obwohl die sonne geht ja schon wieder auf das passt ja schon ja ich kann das gerade auch gar nicht erkennen das ist dieses display ist so viel zu klein aber ich kann mir das dann ach doch hier kann ich es mir anschauen blackboard und so weiter und so fort auch so hat direkt ein foto gesendet echt guppe ja habe ich gerade bekommen so und hier öffentliche mir die öffentliche mine stimmt kann ich auch mal wieder besuchen da komme ich auch mal rein ich suche jetzt noch mal weiter kohle für wolle und wer das haus hier gibt ach hier das haus ist von jaytag jetzt bin ich bei jaytags haus ich hoffe nichts dagegen dass ich mal rein schaue also das sieht richtig cool aus da muss ich mir mal hier guck mal das hat der jaytag hier gebraucht habe naja ist sogar mit so einem weihnachtsbaum schon drin wie geil echt also sollte wahrscheinlich anders auch wie geil wie kann man so gut bauen ja vor allem wie viel zeit da bestimmt schon reingesteckt ist ja richtig nice alter cool ich weiß mal gar nicht wie man so anfangen müsste um sowas zu bauen nee aber ich habe auch nicht so die ideen dazu ich auch nicht so unkreativ naja aber auf jeden fall ein schönes haus kann man sich mal anschauen auf jeden fall ist echt genial ich glaube ich gehe jetzt mal wieder kohle suchen aber hier ist schon das meiste abgebaut irgendwie ist schon alles weg das haus jedes gehört der neo den haben wir auch schon lange nicht mal online gesehen wobei ich war ja selbst auch schon lange nicht mal online ruckel ruckel was ruckelt das jetzt so hör auf so das habe ich auch manchmal ups nur noch ein halbes herz liegt sowieso alles an pocket mine ja also ja gut wir haben schon genug über pocket mine gesagt es fühlt sich bestimmt schon gebobbt ja genau irgendwann machen die gar keine server mehr für uns naja um ehrlich zu sein großer verlust total und hier baut one click lp demnächst es ist übrigens schon 46 und er wollte um 40 kommen ja stimmt er wollte echt schon mal nicht einfach ich würde mal sagen so zwei drei minuten habe ich noch zeit und dann obwohl vielleicht ist er im oberen channel nee das kann auch sein ich habe gerade geguckt ist er nicht drin hat dann wohl kein bock mehr auf uns jetzt habe ich schon mal ein paar Häuser angebaut äh angebaut angeschaut den rest schaue ich mir in der nächsten folge an aber ich baue ich nee ich gehe mal in die öffentliche mine ich lasse mich glaube ich noch mal töten ich springe irgendwie von was runter oder so also ich hätte ein schwert dabei ja kannst du mich gerne töten nur lass mich kurz meine sachen ausdrücken okay gleich krieg ich eine verwarnung weil ich dich getötet habe wollte ich dann ja bin gleich fertig so ne noch schnell die so bereit zum töten oh tot und ich gehe dann mal zur öffentlichen mine tschüss oh hier ist ein haus das kenne ich auch noch gar nicht echt da muss ich auch noch mal schauen beim spawnen ja ja das ist genau beim spawnen geradeaus wo ist jetzt die öffentliche mine hin ach guck mal hier ist auch noch irgend ah noch ein haus mensch die nachvoll cool aus ich ziehe einfach irgendwo ein und sagt das ist mein haus habe ich gebaut ja genau lange arbeit das war wirklich anstrengend sowas zu bauen ja also man braucht ziemlich viel kreativität dafür hier steht auch das gehört tims briefkassen als kiste mensch das auch cool t place hatte glaube ich auch schon so eine farm ich weiß gar nicht wie kriegt man die hin lagerung das ist ja also irgendwie ist es total nice hier wie alle bauen ja und nur wir hängen hinterher okay ich eigentlich nur du hast schon ein haus ja aber ein hässliches haus ich bau mal die gleichen häuser ja aber ich glaube ich baue offline jetzt auch mal ein bisschen mehr noch an meinem haus ich glaube ich auch noch offline ein bisschen was wenn ich jetzt gerade zum aufnehmen nicht so die zeit habe aber trotzdem zocken kann ja dann baue ich offline noch ein bisschen ich hoffe mal das ist für die zuschauer in ordnung aber ich meine das ist ja nun auch ein weihnachtsprojekt und eben ja nun leider auch begrenzt ja und besser wenn man dann offline ein bisschen was baut und dann wirklich ein bisschen was da steht als gar nichts die real dirtbock wurde ausgeliehen unbekannt was hoch frohe weihnacht ja alles klar bisschen voll mit schnee seine bude und ach er hat auch ein symbol der könnte man hier die tremmen um meinem haus ein bisschen weiterbogen ich hab ja noch bürgenholz mensch das mache ich jetzt mal eben noch bevor ich hier bevor ich hier sage tschüss noch einmal produktiv sein genau bürgenholz treppen zack ja wo sind sie jetzt hin wo sind meine bürgenholz mein holz ist leer meine treppen sind nicht da ja dann würde ich sagen da muss ich nochmal bürgenbäume fällen ja aber ich glaube dass man auch mit einem offline ja genau das ist doch das hier alles dauert viel zu lange ich schenke dir doch mal schnell hier ein schild kriegst du wieder was schreibt da irgendwas drauf und das ist ja warte eine nette nacht auch an alle zuschauer ich hoffe du kannst es gleich lesen ja ja genau ich wünsche euch übrigens auch ein froh weihnachten auch wenn noch kein nicht weihnachten ist wenn es noch nicht weihnachten ist egal ist ja bald und kann man schon mal voraus nehmen genau das war es dann auch mit der folge würde ich auch sagen dann sehen wir uns in der folge sechs wieder die irgendwann kommt wo ich dann bestimmt schon weiter bin weil ich offline ein bisschen gezockt habe ja bei mir wird es dann folge 15 ich würde sagen was dann ja dann bis zum nächsten mal wenn es euch gefallen hat dann gebt doch bitte bei uns beiden daumen nach oben ja genau wird uns sehr freuen fernsehen vorbei das und schau passt nur vorbei ja dann tschüss